Hey Leute, willkommen zurück zu Arizona Sunshine. Wundert euch nicht über die Perspektive. Das hat sich jetzt schon wieder. Ja, wie immer zurück mit einem schönen Oculus Rift. Shooter mit Zombies. Danke an Oculus Rift übrigens noch mal für dieses tolle Spielzeug. Ich hab's auch in das Video gepackt, in einen Text. Bin ich hier richtig? Weiß es nicht. Bin ich oder bin ich nicht? Ich muss erstmal was wegsnipern. Ja, offensichtlich Müll. Kannst du ja irgendwo weiter? Guck mal, ich hab hier ein Snipergewehr gefunden, Leute. Das kann ich hier ganz cool einsetzen. Warte mal, das ist eine schlechte Idee, wenn ich jetzt hier wegrolle. Hab ich ja schon mal gemerkt, ich darf nicht wegrollen. Ich darf nur ein bisschen lehnen. Ja, da sehe ich da eine von den Schmalzbacken. Das ist ein bisschen schwierig. Hab dich. Noch eine. Was sind die denn? Ist schon wieder... Ist schon viel weiter vorne. Sehe ich das denn nicht. Es ist echt doof, so zu zieren mit dem Gewehr. Hat auch nicht Sinn der Sache, glaube ich. Ei, ei, ei. Weiter geht's, glaube ich, nicht. Nein, ich kann's nicht weiter... Oh nein. Jetzt spitz total. Guck mal. Mann. Ah, den hab ich erwischt. Den auch. Und ihr auch. Auf die Entfernung, Leute. Müsst ihr euch mal geben. Von wegen, ich kann nicht gut zielen, ne. Mit dem Teil jetzt nicht so. Na gut, das hat auch ein Schnellfeuergewehr, oder? Erste Sache. Hab ich's drauf oder hab ich's drauf? Huch. Das wollte ich so nicht. Was wollte ich so? Ah, guck mal hier. Ah, hier komm ich doch runter. Super. Hey, ich kann hier runterkommen. Das ist cool. Soll ich euch was sagen? Dieses Runterhoppeln hier, wenn man einfach nur geradeaus läuft, da wird's mir echt ein bisschen übel von. Das ist nicht gut gelöst. Da wird's mir ein bisschen schwindelig. Und wir wissen alle, Schwindel kommt vor Übelkeit. Oh nein. Ich hab schon wieder alles voll. Oh, hi. Hey. Wie mach ich das jetzt? Ich will's cool machen. Aber, die wollen's nicht, cool, die Jungs. Okay. Nicht vergessen, wie gesagt, die Bändel. Oh, shit. Hier kommen sie. Ja, ja. Hier ist ne Granate, ich sag's euch. Hey. Hey, you have to pay for a ticket. You didn't pay for a ticket. You didn't pay for a ticket. You didn't pay. No, we have zero tolerance for fair evaders. Nee. Ich sag's noch nicht mehr. Noch kommt er zu. Oh. Okay, man. Fuck. Oh, ha. Die Lady gibt's nicht auf. Come fight on top of the train, boys. Pretty badass. I know it's not a moving train, but still. Noch nicht. Er bewegt sich noch nicht, man. Entschuldigung, wenn's immer ein bisschen wackelt. Ich krieg das leider gar nicht so mit wie ihr vielleicht. Also wenn ich kurz mal an der Brille ein bisschen, weil ich schwitze oder so. Aber ich hoffe, dass es nicht zu schlimm sein wird, dieses Rumgewackel, weil ich weiß, dass einem davon vielleicht auch ein bisschen übel wird. Und ich versuche auch schon, den Kopf nicht so sehr zu drehen. Ah, hier unten ist mein Ventilator. Warte mal. Ich stelle ihn mal ein bisschen vor mich. Dann pustet er mir sowieso von vorne gegen die Beine. Das fühlt sich super an. Und jetzt kann ich dann auch runtergreifen hier an den Seiten. Vielleicht auch nicht so ganz. Was ist denn hier schon wieder? Da ist ein Sessel. Das ist furchtbar, Leute. Ich hab hier keinen Platz. Ich kann meine Arme nicht mehr wirklich so ausstrecken. Oder auch kann ich. Kann ich. Aber trotzdem. Es ist sehr wenig Platz hier. Oh Gott, das... Wird schon irgendwie gehen. Hier finde ich so gut, diese Glock. Man lässt jetzt immer die Augen zu, wenn ich das mache, so runtersteigen. Boah, weil mir wird es echt schummerig davon. Das drehen ist überhaupt kein Problem. Aber das runtersteigen, wenn es einfach mal so bub, einfach an die Ebene tiefer setzt, das ist furchtbar. Ich habe auch schon mal besser geschossen. Ich kann mit rechts auch nicht so gut schießen, übrigens. Oh, dieser Punter sei bei mir. Nackten Schuss hilft auch nicht viel. Was ist da hoch? Sagt er. Hey. Hey. Okay. Hui. Bisse Zombies. Ich kann hier nicht passen. Warte. Warte. Warte Mo. Warte Mo? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich möchte noch... 145 Schuss. Perfekt. Ich will ein bisschen rumpratzen hier mit der Knarre. Ich mache jetzt echt immer kurz die Augen zu, wenn ich irgendwo hochsteige. Das geht hundertmal besser für mich. Auf. Oh, das ist wieder ein Sniperino. Der Mann mit einem Sniperrifel. Ihr habt alle... Oh, die Schlüssel. Okay, ich nehme das. Alles klar, Rott. Ich will es mal andersrum. Wenn ich was sehen würde. Es ist leider so düster durch das Teil. Aha. Nur noch eine. Das Fernrohr ist echt dunkel, du. Also ich sehe so wenig. Ich finde die Headshots übrigens auch sehr amazing bei Zombies. Ich bin gleich so ein Krämpfe, wenn ich das so halte. Oh, den Waggon. Oh. Hi. Noch eine. Da ist noch eine. Hier beim Schild. Aha. Ist noch mehr? What? Wie viele sind denn da noch? Na komm schon. Na, das war jetzt nicht genau der Kopf, aber es hat auch funktioniert. immer ein bisschen weniger rumtaumeln. Ich glaube, das waren alle. Cool. Das Snipern macht voll Spaß, Leute. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, Kinder. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch wird es nicht zu schlecht oder zu schwindelig. Bei mir hält sich das echt den Grenzen. Also manchmal wird es mir so ein bisschen unwohl, aber... Oh, was ist das denn? Mit einer Taschenlampe dran. Okay, krass. Cool. Nehm ich stattdessen mal lieber die mit. Da habe ich nämlich hier noch eine Lampe dran. So eine kleine... Ja, so eine kleine Mag-Light eben zum Zielen. Oh, schade. Das war's. Ah. Freundchen. Oh, der Laserbeuter geht gar nicht so weit. Die ist halt einfach Augen zu machen. Und das läuft. Ist das irgendwie... Oh, nein. Gibt das Magazin? Ich kann das Magazin nicht mehr aufheben. Ich bin so ein Dödel. Gibt das... Wow. Das sind mit beiden Tasten kann man das Magazin rausnehmen. Nein! Gibt mir die... Das geht nicht. Ich komme nicht mehr so tief. Rechts von hier. Nein, das geht leider nicht. Ist egal. Ich habe ja noch 255. Eine gute Zahl. Alter, Kinder. Taschenab ist super. Ich wollte halt mal gucken, ob ich die ausmachen kann. Damn. Headshot. Oh, das ist ein ganz schönes Echo, mein Freund. Ach, wie gesagt. Ich habe eine Taschenlampe. Das passt schon. Bin mir gar nicht so unwohl. Hä? Ihr Pissflitchen. Aha. Backpoint Reach. Sehr gut. Was? Nicht, dass ich ihn bräuchte. Ich meine... Oh, die schrot ein bisschen. Ich glaube, ich habe noch drei Schuss. Oh, verdammt. Vielleicht doch lieber nicht, ja? Okay. Dann halt nicht. Alter, ist doch gut. Und nicht, dass da gleich irgendwelche Typen runter... Oh Gott, dieses Wackeln, wenn man drüber geht. Das ist echt furchtbar. Ich bin jetzt gerade ein bisschen schlecht, Leute. Dieses ungewollte... Oh. Oh Mann. Ich bin furchtbar. Ich glaube, ich habe genug Feuerpauern, um sie alle aufzunehmen. Da ist doch. Das ist ja noch. Oh, das ist... Oh. Wie solltest du das? Oh Leute, wie gut ist das denn? Oh, wie gut ist es bitte? Neue Uzi. Okay, die ist nice. Wollen wir euch dann... In den Schatten, in der Kiste. Seltsam. Haha, gib mir das her. Leider nichts drin. Oh Leute, wie viel Schuss habe ich denn jetzt dafür? Neun Stück. Hallo? Jemand da? Einer da. Okay, cool. Ich habe sogar ein Laserboot dafür, das Teil. Wo kommt der denn eigentlich raus? Soll ich mal abdrücken? Das wird ziemlich... Naja. Oh, mir rutscht das Hemd hoch. Mein Schad rutscht mir den Rücken hoch. Kennt ihr das? Das ist bei dicken Leuten immer so. Alle? Hey, Freddy's! Yeah, you! You smelly, Bastards! You want to take the fight? Come on then! Mom! Geil! Oh, nicht so gut. Das war intensiv. Oh, ist das so gut. Ja, ist eine Kugel drin. Da ist eine Kugel. Guck mal. Ich kann zaubern. Ich bin ein Magier. Ein Zauberer. Oh, da geht es auch noch lang. Oh, hier ist Exit. Dann lasst mal hier gucken. Hallo. Gerade. Ich dachte, da geht es weiter. Bin ich noch richtig gedreht? Ja, bin ich wohl. Oh, es macht so eine Laune. Oh, ja. Yes. Oh, frische Luft. Guck und kalt hier. Wo ist die Refinery? Okay. Da ist es. Let's go. Ja, jetzt bräuchte ich die Lampe. Ich hab noch mehr. Aktuell zumindest nicht. Aber die stört jetzt ja nicht großartig. Ui, ui, ui. Ladescreen. Wie lange haben wir jetzt? Ähm. Oh, ich hab einen Erfolg bekommen. Ich hab's gerade noch gesehen. Ihr seht das wahrscheinlich nicht. Gut. Ich glaube, hab ich mal jetzt hier mal Schluss. Mir ist nämlich echt ein bisschen schwindelig. Und ein bisschen übel. Weil ich sagte ja, ich kann es nicht so lange am Stück spielen. Denn dann wird's irgendwann anstrengend. Von dem her, ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Wie immer. Lasst ein Däumchen da und schreibt mir was Nettes. Wie findet ihr die Oculus? Wie findet ihr das generelle Zusehen jetzt? Ich weiß, es kommt nicht so rüber, wie es jetzt für mich ist. Oder wie es für euch sein könnte. Hättet ihr selber eine Brille auf. Aber lasst es mich doch trotzdem mal wissen. Ich geb mein Bestes, dass ich nicht so sehr rumbackle. Weil ich weiß, wie das ausschaut auf dem Bildschirm. Nun gut. Wir sehen uns wieder, Leute. Zu diesem netten Spiel. Featured oder Sponsored by Oculus Rift. Macht's gut.